So, los geht's in die nächste Folge von Star Wars Battlefront. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück. Wir müssen wieder die Kapsel übernehmen und sind diesmal auf einer Map. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, aber die Map gefällt mir. Da habe ich auch, als ich angefangen habe mit Star Wars Battlefront, schon sehr, sehr oft drauf gespielt und auch immer eigentlich ganz gute Erfolge bekommen. Gucken wir mal, wie das jetzt diesmal funktioniert. So, du stirbst jetzt erstmal, wenn ich... Wow, der hat mir aber jetzt schon ganz schön hier Schaden gegeben. Alter Schwede. Okay, ich glaube erstmal im Hintergrund, ich muss ein bisschen... So, hau mal ab. So, verteidigen, übernommen haben wir sie schon. Jetzt geht's ans Verteidigen und ich würde hier mal ein bisschen am Rand entlang schleichen. Oh, das ist einer von mir, schade. Jetzt habe ich mich natürlich verraten. Okay, ich dachte, die kommen von der Seite, aber die kommen gar nicht von der Seite. So, geh mal weg. Oh, da ist noch einer, da ist noch einer, da sind noch ein paar. Den einen habe ich. Oh, shit. Da habe ich ganz kurz mal nicht hingeguckt, weil ich gerade mal schauen musste, welche Taste ich drücke. Okay. Aber ist nicht schlimm. Wir werden einfach das Ganze wieder übernehmen. Okay, wir haben es verloren. Schade. Okay, die nächste Kapsel kommt aber bereits. Müsste jetzt irgendwo im Anflug sein. Wo ist sie denn? Da hinten. Oh je, oh je, oh je. Okay. Die Rebellen sichern das Gebiet und die Rettungskapsel. Wir müssen sie stoppen. Wir werden sie auch stoppen. Wir werden es zumindest versuchen. Okay, da wird, glaube ich, zurückkommen. Oh, oh. Nimm das. Jawohl. Okay. Okay. Sag mal. Nein, ich war fast dran. Ray hat mich. Ah, Ray hat mich besiegt. Okay. So, ein Rang 11 erreicht. So, eine weitere Kapsel ist gelandet. Und zwar dort hinten. Haben wir die jetzt offiziell? Ist das nicht die? Werden sie stoppen. Boah, was hat der denn? Ah, Infanterie geschützt. Okay. Okay. Das war natürlich klar, dass der mich auf tausend Kilometern treffen wird. So. Und ich muss mich auch noch ein bisschen an diese Waffe gewöhnen. Oh, ich hab nicht gut getroffen. Ich hab überhaupt nicht gut getroffen. Und ich muss mich auch dran gewöhnen, dass ich nicht immer einzeln klicken muss, sondern dass ich auch einfach gedrückt halten kann. Okay, wir haben sie schon wieder verloren. Wir schaffen es einfach nicht, diese Kapseln zu übernehmen. Ich weiß nicht, wieso. Oh, Entschuldigung. So, die nächste Kapsel. Wo ist sie? Okay, da hinten ist, da ist auch schon ein Gegner. Den tun wir erstmal vernichten. So, wir übernehmen die. Jawohl. Au. Die Relby 100. Haben wir die eigentlich auch? Relby 100. Ne, die haben wir leider gar nicht, weil die ist wirklich, die ist wirklich sehr, sehr gut. Wir bleiben aber erst mal bei unserer Waffe, weil die macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden. Oh, den haben wir noch mitgenommen. Mega. Und da war auch gerade, da sind sie. Die kommen alle von da hinten. Das heißt, ich werde jetzt mal... Wir haben das Signal einer weiteren Rettung. Ah, mein Yoshi geiler. Manchmal bin ich auch ein bisschen leise. Dann versuche ich mich, ja, zu konzentrieren. Wir sichern die Rettung, Kampel. Okay, man muss hier wirklich sehr, sehr gut treffen. Und ich habe das gerade noch nicht so drauf, dass ich wirklich mega gut treffe. Oder dass, sag mal, die meisten Schüsse sitzen. Das ist noch nicht der Fall. So, erst mal die Lage hier checken. Wow. Die treffen einfach zu gut. Die treffen einfach mega. Und ich gerade nicht so. So, ich nehme jetzt mal hier DL44. So, mal schauen. Ah, okay, okay. Naja. Niederlage. Die treffen einfach zu gut. Die sind aber auch um zwei überlegen. Unser Team ist nur noch, ja, zu vier, zu vier, jetzt sogar noch zu dritt. Die sind sogar überlegen gewesen. Aber okay. Das war dann die Folge. Wir haben leider wieder verloren. Ich denke mal, es lag aber auch ein bisschen am Team, weil wir eben zu wenige waren. Aber okay. Man kann nicht immer gewinnen. Wir sind gute Verlierer. Wir gönnen es den anderen. Von daher. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und bis zur nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Bis dann. Tschüss.